Herzlich willkommen zum fünften und letzten Abend der Vortragsreihe Wechselwirkungen auch an alle, die auf Zoom sich dazu geschaltet haben und alle sind natürlich danach auch auf Zoom herzlich eingeladen mit zu diskutieren mit Wortbeiträgen oder im Chat. Ganz besonders begrüße ich Frau Prof. Dr. Regine Prange, Universität Frankfurt und Prof. Dr. Stephanie Marschall von der Universität Bochum hier in München. Schön, dass du und sie hier heute gekommen seid. Leitmotiv dieser Reihe war und ist das zwischen Metapher und Denkfigur changierende Konzept der Wechselwirkung, das, ich hatte das in der ersten Sitzung kurz ausgeführt, Georg Simmel in einer Reihe von Schriften entwickelt hat, um seine Vorstellungen kultureller Dynamiken auf den Begriff zu bringen. Ein Denken in Wechselwirkungen erlaubt es, wie der Name schon sagt, Individuen, Sprachen, soziale Konstellationen, Artefakte, Institutionen, Disziplinen, ja auch ganze Kultur nicht als zeitüberdauernde Monumente zu verstehen, sondern als prozessuale Gebilde, die jeweils aufeinander einwirken und dadurch in ständigem Gestaltwandel begriffen sind. In dieser Vortragsreihe haben wir exemplarische Wechselwirkungen in den Blick genommen, beginnt mit der Frage, wie zwei Disziplinen, Kunstgeschichte und Soziologie, das war die erste Sitzung, in Schlüsselepochen ihrer Entstehung in Interaktion getreten sind. In der letzten Sitzung mit Pia Gottschaler und Christian Berger stand das Konzept der Materialität im Mittelpunkt, das als kulturwissenschaftliches Paradigma in den letzten Jahren die Disziplindebatte, also auch über die Disziplinen hinweg, bestimmt hat und hier mit Blick auf kunsthistorische und kunsttechnologische Aspekte in der Analyse von im weitesten Sinne Werken der Konzeptkunst in den Blick genommen wurde. Konzeptkunst, die ihr ihrem Selbstverständnis nach gerade das Materielle tendenziell zum Nebenschauplatz erklärt und wir haben gesehen, dass man da eine Gegenlektüre machen kann. Vor diesem Hintergrund fügt es sich ganz gut, dass nun in der letzten Sitzung mit Gustave Courbet ein Künstler im Mittelpunkt steht, in dessen schafften Dimensionen des Sozialen mit einer neuartigen Aufmerksamkeit für die Eigendynamiken des Materiellen einhergeht. Man denke etwa an seine gespachtelten Wellen, die zuletzt im Fokus stand, nämlich in einem Artikel von Regine Prange über Courbet's Woge, eine Kunst der Verfremdung, 2023 in einer Festschrift für Jochen Sander erschienen. Heute aber soll nicht Materialität bei Courbet, sondern ein anderer Problembereich im Mittelpunkt stehen und zwar vor allem die Frage nach den Wechselwirkungen zwischen Courbet's Werken und den kunsthistorischen Ansätzen, mit denen sein Schaffen interpretiert worden ist. Allen voran mit einem Fokus auf diejenige Methode, die den Diskurs zu Courbet spätestens seit den Schriften T.J. Clarks, Linda Nocklins und weiterer Autoren etwa seit den 70er Jahren bestimmt hat. Gemeint ist hier freilich die Sozialgeschichte der Kunst. Dabei dürfte Courbet für die Kunst des 19. Jahrhunderts das Fallbeispiel sein, an dem sich beobachten lässt, wie nicht so sehr eine Methode einfach auf Kunstwerke appliziert worden ist, sondern vielmehr, das wäre die These der Künstler und seine Werke selbst zu Katalysatoren einer anhaltenden Methodendebatte geworden ist, die dann, wie wir heute sehen können, selbst wieder auf die Werke zurückwirkt, also in konstanter Wechselwirkung zueinander stehen. Seit seinen epochemachenden frühen Werken, den kriegsbedingt verlorenen Steinklopfern von 1849-50, mit denen Courbet das Elend der Straßenarbeiter in einer Malerei, die die Härte des Arbeitslebens bis hinein in die Spröde malweise übertragen hat, dem Begräbnis von Ornans, das dem Pariser Publikum in Format eines großformatigen Historiengemäldes die Rituale der ländlichen Bevölkerung ohne narrativen Plot, ohne narrative Logik vor Augen geführt hat und damit eingeübte Gattungskonventionen sprengte, oder dem nicht weniger großformatigen Atelier, dem heute neben dem Enterment à Ornans einer der Vorträge gewidmet sein wird, gilt Courbet bekanntlich als Initiationsfigur des Realismus. Doch nicht weniger bedeutsam ist, wie sich der Künstler mit seinen raffinierten Strategien des medienwirksamen Self-Fashioning, The Most Arrogant Man in France, so ein bekanntes Buch von Petra Tenduscha de Choux, als emblematische Verkörperung des skandalsuchenden modernen Künstlers etablierte. Diese Wirkung lässt sich bis hinein in jüngere Ausstellungen beobachten, also auch sozusagen das Nachwirken der Sozialgeschichte der Kunst, auch in Ausstellungen, die zunächst einmal die vielleicht schon ausgetretenen Pfade der sozialgeschichtlichen Analyse zu verlassen scheinen. So hat etwa Klaus Herding die im ersten Moment kontraintuitive Malweise in Courbets Landschaften und besonders sein Spiel mit unterschiedlichen Lasurstärken als Strategie der Durchkreuzung von eingeübten Rezeptionsweisen charakterisiert. Ich zitiere kurz aus seiner Einleitung in den Katalog der Frankfurter Ausstellung Courbet, ein Traum von der Moderne von 2010. Das feste, zum Beispiel Felsgestein, wird transparent in Lasuren gemalt, das unfeste, zum Beispiel Wasser, wird undurchdringlich pastos wiedergegeben. Solche Verfahren haben die Sehgewohnheiten des 19. Jahrhunderts von innen her erschüttert und wirken bis zur Kunst der Gegenwart weiter, sodass wir in dieser Umwälzung und weniger in revolutionären Gesten heute Courbets Bedeutung erkennen. Zitat Ende. Auch dieses Zitat lässt sich als Reaktion auf die nachwirkende Bedeutung sozialgeschichtlicher Zugänge zur Courbet begreifen und zwar als Versuch, eine Perspektive auf den Künstler jenseits seiner ausschließlichen Festschreibung als Gallionsfigur einer politisch engagierten Kunst zu gewinnen. Durch, wie das damals in der Ausstellung unternommen wurde, ein neuartiger Fokus auf die Traumverlorenheit vieler seiner Szenen und die oft somnambul wirkenden Gestalten seiner Bildwelten. Für die aktuelle, für die anhaltende Aktualität Courbets spricht darüber hinaus die bis heute rege Courbet-Forschung, für die wir heute zwei prominente Referentinnen gewinnen konnten. Blickt man in die jüngeren Veröffentlichungen zu Courbet zeigt sich jedenfalls, dass sich neben sozialgeschichtlichen Ansätzen, die in den heutigen Vorträgen eine kritische Lektüre erfahren werden, ein breites methodisches Repertoire an Zugängen zu den Künstlern etabliert hat. Neben gattungsorientierten Studien, etwa von Paul Galvez zu Courbets Landscapes and the Origins of Modern Painting, 2022 erschienen, finden sich in den letzten Jahren auch Studien zur Materialität der Malerei des Künstlers, beispielsweise Veronika Peselmann, der Grund der Malerei 2020, wo es also um den Malgrund geht, aber auch zu Courbets Ecological Realism, ein Aufsatz von Greg Thomas von 2021 oder aus postkolonialer Perspektive, eine Analyse der Badenden mit dem vielversprechenden Untertitel Destabilizing Whiteness in the Mid-19th Century, in Nude von Catherine Brion. Wie auch in den vorangegangenen Sitzungen gibt es zunächst zwei Impulsvorträge, gefolgt von einer gemeinsamen Diskussion. Ich danke Frau Prange und Frau Marshall für die Bereitschaft, dass sie sich auf dieses etwas experimentelle Format eingelassen haben. Regine Prange ist seit 2001 Inhaberin des Lehrstuhls für neuere und neueste Kunstgeschichte, Kunst und Medienteorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Nach einem Studium der Kunstgeschichte, der neueren Geschichte, Archäologie und Soziologie in München und Berlin an der FU, ist sie an der FU zum Thema des Kristallinen als Kunstsymbol und zur Reflexion des Abstrakten in Kunst und Kunstgeschichte der Moderne promoviert worden. Es folgt eine wissenschaftliche Assistenz von 1991 bis 1998 in Tübingen. Dort hat sie sich habilitiert zum Thema das ikonoklastische Bild Piet Mondrian und die Selbstkritik der Kunst. Es folgten Vertretungsprofessuren unter anderem an der Humboldt-Universität und 1999 eine Professur an der Universität Marburg. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem, und ich denke auch das wird heute Thema sein, der Strukturwandel der Bildmedien in Neuzeit, Moderne und Gegenwart, die neuzeitliche und moderne Kunsttheorie und Kunstphilosophie, Fach- und Methodengeschichte der Kunstgeschichte sowie der Kinofilm und seine Ästhetik. Und schließlich gefördert durch die Opus Magnus Stiftung ein Projekt zum Realismus als Formproblem. Die Kunst der Verfremdung von Courbet bis Godard. Neben den genannten Schriften hat Regine Prange zahlreiche Bücher und Aufsätze publiziert. Ich nenne lediglich die Geburt der Kunstgeschichte, philosophische Ästhetik und empirische Wissenschaft und die Anthologie Kunstgeschichte 1750 bis 1900, eine kommentierte Anthologie. Die kennen bestimmt viele, weil die gerne auch im kunstgeschichtlichen Unterricht benutzt wird. Stefanie Marchal ist Professorin für Kunstgeschichte mit einem Schwerpunkt in der Kunstkritik und im Bildkünsten der Moderne. Zu ihren Schwerpunkten zählen Malerei und Skulptur der Moderne, Künstlerselbstdarstellungen und Porträtmalerei. Da gibt es vor allem ein wichtiges Buch, die Dissertation zu Courbets Selbstbildnissen. Die Sozialgeschichte der Kunst und ihre Institutionen sowie das Feld der Kunstkritik, auf dem du vor allem in den letzten Jahren unter anderem zu Julius Mayer-Gräfe ja sehr intensiv gearbeitet hast. Von 1999 bis 2005 studierte sie Kunstgeschichte und Romanistik in Heidelberg, Siena und Niapel. Von 2005 bis 2006 war sie wissenschaftliche Volontärin an der Schirn-Kunsthalle Frankfurt am Main. 2010 erfolgte die Promotion, ich habe es eben erwähnt, Courbet an der Universität Heidelberg. 11 und 12 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris. Dann noch Postdoc-Stipendiatin an der Leuphaner Universität Lüneburg und es folgte dann ab von 2015 bis 2020 eine Lichtenberg-Junior-Professur an der Ruhr-Universität Bochum und schließlich ab 2020 die Stelle als Professorin für Kunstgeschichte mit einem Schwerpunkt in der Kunstkritik und den Bildkünsten der Moderne an der Ruhr-Universität Bochum. Eine Schrift zu Julius Mayer-Gräfe oder vom Versuch, eine Gegenwart zu haben, ist gerade in der Vorbereitung für die Publikation. Ebenso gemeinsam mit Daniela Stöppel ein Band, der aus einer Münchner Tagung vor einigen Jahren hervorgegangen ist, Gustav Courbet and the Narratives of Modern Painting. Auch Stefanie March hat natürlich zahlreiche Schriften veröffentlicht. Ich nenne nur noch einen weiteren, nämlich Julius Mayer-Gräfe, Grenzgänger der Künste Berlin 2017 und noch einige Aufsätze zu können. Vielen Dank und wir freuen uns auf die Vorträge. Wir beginnen mit Stefanie Marchal und dann folgt direkt der Vortrag von Frau Prangl. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung erst einmal und dann auch für die nette Vorstellung, Begrüßung. Schön, dass Sie alle da sind. Zu diesem kryptischen Titel, dazu können wir vielleicht später noch mal was sagen. Ich fange einfach direkt an. Im Zentrum der Vortragsreihe steht die Frage, wie bzw. inwieweit Kunstwerke Katalysatoren für Methoden und Theoriebildung waren und sind, wie sich die Reibungsverhältnisse zwischen künstlerischen Praktiken und wissenschaftlichen Diskursen gestalten. Dieser dem Ankündigungstext der Vortragsreihe entnommene metaphorische Sprech ist selbstberät, legt jedoch den Finger in die Wunde des zur Diskussion stehenden Problems. Gemeint ist die Inkommensurabilität von partikularer Formgestalt und abstrakt regelhaft funktionierender Gedankengang, die eine wechselseitige Überführung und Übersetzung im Grunde verunmöglicht. Wo materielles Artefakt und Theorie zueinander vermittelt werden, da ist es der ob ihrer ontologischen Differenz zu leistendem Mediensprung, der für beide Seiten über die Jahrhunderte hinweg ungemein produktive Effekte gezeitigt hat. Ein Sprung verlässt temporär aber den Boden, ist punktuell ungebunden und ohne Bekopplung. Für sozialgeschichtliche Überlegungen, um die es mir und uns hier heute vor allem geht und die unser Fach immer schon erwogen und spätestens in den 60er, 70er Jahren methodisch zu systematisieren versucht hat, stellt dieser Sprung sicherlich das Grundproblem dar, wenn auch, wie gesagt, ein anregend dynamisierendes Grundproblem, ein dynamisierender Sprung. Offensiv wurde dieses Problem von TJ Clark im Vorwort seiner QB-Studie Image of the People von 1973 ins Bewusstsein gehoben. Wenn er entsprechend dem sozialgeschichtlichen Erkenntnisinteresse nach einem Sinnvollen die Einzelerscheinungen zur Totalität des gesamtgesellschaftlichen lebensvermittelnden Zusammenhang, nach einer Verbindung also von Kunst und Allgemeinem von Kunst und Leben fragt, konkret danach, wie Letzteres, also das Leben in ersterer Manifest und die wechselseitige Bedingtheit greifbar, auch methodisch greifbar werde. Wenn er dabei auch noch den Anspruch erhebt, über eine bloß assoziative Rückkopplung hinaus auf sicherem Grund argumentieren zu wollen. Dem vielversprechenden Problemauffriss zum Trotz Clark findet nicht aus dem Dilemma heraus. Mit der Einführung einer etwaigen Öffentlichkeit, die als unterbewusstes Substrat quasi an der Produktion von Artefakten teilhabe, legt er keinen wirklich weiterführenden Beitrag, wie ich meine, zum Umgang mit dem Problem vor. Im Gegenteil, die Gleichsetzung dieser Öffentlichkeit mit einem kollektiven Unterbewusstsein, das er wie ein Psychoanalytiker freizulegen und deuten zu können glaubt, ist etwas fragwürdig. Wesentlich ehrlicher scheint mir der von Clark sehr geschätzte Clement Greenberg mit diesem Problem umzugehen, wenn er in einem unsererseits erst jüngst postum veröffentlichten Text schreibt, dass entgegen der Behauptung vieler marxistischer Kritiker noch kein zwangsläufiger Zusammenhang zwischen den internen Problemen der Kunst, dem Problem des eigenen Materials, dem internen Verhältnis zur eigenen Vergangenheit, die die Kunst habe und der der Gesellschaft aufgedeckt worden sei. We see that there is such a connection, also zwischen Kunst und Gesellschaft, but we still, but we have still fail to explain it properly. Greenberg sensibilisiert für diese Überzeugung, indem er in späteren Aufsätzen beispielsweise darauf aufmerksam macht, dass der sogenannte abstrakte Expressionismus, der gemeinen als Ausdruck des Lebensgefühls der späten 40er und 50er Jahre aufgefasst wird, bereits in den 30er Jahren entwickelt worden sei und ergo in ganz anderen lebensweltlichen Bedingtheiten Gründe. Greenberg macht also anstatt auf die in früheren formalistischen Ansätzen vielfach betonte Kongruenz von Zeit und Stil auf deren Auseinandertreten, in der Rezeption wohlgemerkt, nicht in der Produktion aufmerksam und stellt damit die Erfassbarkeit einer Zeit über ihren Stil in Frage. Ein Stil sei keineswegs als Seismograph seiner Zeit lesbar, immer werde rückprojiziert. Dessen ungeachtet ist Greenberg zeitlebens davon überzeugt, dass Kunst eine Social Activity sei und Gesellschaft Formwandel generiere, Zitat. Für sein Erschreiben von Kunst zieht er daraus, also basierend auf diesen hier resümierten Einsichten, zwei Konsequenzen. Zum einen weicht er ganz offensiv ins Metaphorische aus, wenn es um die Verhältnisbestimmung von Kunst und Gesellschaft geht, so etwa wenn er in Avantgarde und Kitsch von der goldenen Nabelschnur zwischen Künstler und Bourgeoisie spricht, sicherlich die eine der bekanntesten Metaphern, die er nutzt. Zum anderen kommt er mit Blick auf eine etwaige Entwicklung der Kunst zu dem Schluss, I believe that art as technique deserves a history of its own past and how it has gone about solving its own special problems. Eine solche Geschichte, bei der Kunst zwar ein gesellschaftliches, eingebettet bedingt ist, zugleich aber vor allem auch ein selbstbestimmt eigenlogisches, medienspezifisches, widerständiges Phänomen ist, sucht Greenberg in seinen Texten zu entfalten. Konzipiert als interpiktoriale Problemlösungsgeschichte. Hier wäre das Stichwort, was wir von ihm kennen, Selbstreflexivität der Kunst. Um diese Geschichte zu erzählen, erachtete er es im Schreiben über Kunst für erforderlich, Zitat, to separate conceptually, also nur conceptually, form and content. Vor dieser Folie wird deutlich, dass und inwiefern die Autonomie der Kunst von Greenberg keineswegs naiv und weltflüchtig behauptet, sondern stattdessen als Hypothese, als heuristische Setzung bemüht wird, mit der sich behelfsweise arbeiten und auf das fokussieren lässt, worauf es Greenberg ankommt, nämlich auf die Sensibilisierung der Für-Kunst-Form, bei der die Form selbst, nicht aber das, was wir in sie einstiften oder einfühlen, was der Content, wie er das nennt, im Vordergrund steht. In einem vielleicht vergleichbaren Sinn konstatierte Karl-Otto Werkmeister 1974 in seiner Bilanzierung vorliegender materialistischer Ästhetiken, dass ihnen sämtlich, Zitat, die Qualitätskriterien fehlten, die aus den konkreten Techniken der Kunstproduktion und den aus ihnen resultierenden spezifischen ästhetischen Wirkungen abgeleitet wären. Diese Frage würde voreilig als formalistischer Belang abgetan und dabei aber im Grunde die Eigenheit des Untersuchungsgegenstandes des jeweiligen Kunstwerks verkannt. Das und inwiefern der als Formalist in Verruf geratene Greenberg einen neuralgischen Punkt ja den blinden Fleck vorliegender sozialgeschichtlicher Ansätze berührt, möchte ich im Folgenden am Beispiel Courbets vor Augen führen, auf den wie auf kaum einen anderen Künstler, zumal für die Entwicklung sozialgeschichtlicher Ansätze oder Methoden im Zuge der Etablierung einer Social Art History paradigmatisch rekurriert worden ist. Und dies, wie ich zeigen möchte, durchaus und gerade aufgrund seiner spezifischen, befremden evozierenden Techniken und Werkstrukturen, allerdings mit der Krux, dass diese Werkstrukturen dabei weniger um ihrer Selbstwillen befragt, als vielmehr zum Anlass genommen wurden, um einen externen Kunstbegriff an ihnen zu demonstrieren und sie damit im Grunde in Zwecke zu setzen. Ein Zitat von TJ Clark bringt das Problem, glaube ich, auf den Punkt, um das es mir hier geht. Neben mir selbst hat vor allem Regine Prange in anderen Kontexten, und zwar in diesen Kontexten, ich hoffe, man kann das ja, bereits über diesen problematischen Umgang mit Courbets Werken nachgedacht und in einer stringenten Analyse die symboltheoretische Aufladung seiner Kunst, zumal seitens der linken Kunstgeschichte von Maya Shapiro über Linda Nockheim bis zu Herding und Clark oder auch Aragon herausgearbeitet. Den gemeinsamen Fluchtpunkt dieser Courbet-Exegeten identifiziert Frau Prange in der Unterordnung der Artefakte unter eine sie vermeintlich verbindende extrinsische Idee. Mal würden Courbets Gemälde in Hinsicht eines kollektiven Ideenhimmels interpretiert, wie er vor allem durch die sozialistischen Bestrebungen des 19. Jahrhunderts bereitgestellt würde. Mal würde stärker die Subjektseite betont und seine Werke in Hinsicht seiner Intention gedeutet und dabei vor allem auf Courbets anarchistisches oder freiheitliches Selbstverständnis abgezielt. Beiden Ansätzen ist gemein, dass sie Courbets Gemälde, wenngleich natürlich keineswegs naiv, sondern stets im Bemühen um eine quellenkritische rezeptionsgeschichtliche Stütze als evidente sinnliche Erscheinung, also als Versinnbildlichung von etwas geistig Allgemeinem konzipierten, das heißt auf eine Idee hinlesen und dabei Werk und Kontext doch entgegen Clarks expliziter Absicht assoziativ analogisieren. Was hier passiert, ist im Grunde ein fragwürdiger Übergriff, der sich in Anlehnung an kritiktheoretische Überlegungen Rahel Jäggis von 2013 mit der allzu kurz greifenden Verknüpfung zweier erst einmal parallel zueinander bestehender und unterschiedlich funktionierender Praxiszammenhänge begründen und problematisieren lässt. Kunst, in unserem Fall die Malerei, ist keineswegs so ohne weiteres mit dem Regelsystem des gesellschaftlichen Lebens gleichzusetzen, sondern funktioniert als Repräsentationssystem mit eigener Tradition, mit eigener Funktion und Reflexivität und stellt in diesem Sinn einen eigenen Praxiszusammenhang dar, der in sich, das heißt intern, normativ strukturiert ist. Es handelt sich um einen Praxiszusammenhang, der durch ganz eigene Normen zusammengehalten und konstituiert wird. Die Normativität der Malerei, also einer Praxis, ist in ihrem Vollzug lokalisiert und wird in diesem Vollzug von Werk zu Werk transformiert. Es handelt sich also um eine fortwährende Neuaushandlung praxisinherenter Normen und damit um das, was Jäggis im Anschluss an Karl Marx als immanente Kritik definiert. Und immanente Kritik tritt gerade nicht, wie Marx sagt, Zitat, mit einem vorgefertigten Ideal der Wirklichkeit entgegen, noch entnimmt sie ein etwaiges Idealeinfach der Wirklichkeit, sondern entwickelt neue Vorstellungen, ein Ideal stattdessen aus dem widersprüchlichen Bewegungsmuster der Wirklichkeit selbst, in die die Kritik eingelassen ist. Immanente Kritik vereinigt also die Idee des in einem Praxiszusammenhang liegenden Maßstabs mit dem Anspruch einer die Praxis als Ganze betreffenden Kritik. Immanente Kritik betreibt innerhalb ihres Praxiszusammenhangs und mit dem Anschluss an die den Praktiken inhärenten Normen gleichzeitig deren Kritik und bewirkt infolge Veränderung. So, jetzt am Beispiel, dann wird es, glaube ich, klarer. Beispielhaft konkretisiert, an Corbees. Enterment bedeutet dies etwa, dass das Gemälde nicht einfach an sozialen, ihm im Grunde externen Maßstäben, Ideen und dort sich ereignenden Veränderungen gemessen und ihm aus dieser Warte eine gesellschaftskritische Stoßrichtung attestiert werden kann. Wegen ihrer schwarzen Geballtheit und der iso-kephalinen Anordnung wurde es unmittelbar mit sozialen Mobilitäts- respektive Egalitätsfragen der Landbevölkerung und diffusen Ängsten seitens der Pariser Rezipienten verknüpft, Herding und Clark. Und diese Rezipienten, diese Pariser Rezipienten wurden dabei psychophysisch gleichgeschaltet letztlich. Allein eine solche Sozialkritik ist nicht einfach per se im Bild gegeben. Dies anzunehmen bedeutet insofern einen Kurzschluss, als dabei das spezifische Funktionieren von Malerei aus ihren eigenen Praxiszusammenhängen und Praxisbedingtheiten heraus ignoriert wird. Es hieße Normen aus der Lebensform gesellschaftlichen Zusammenlebens in ein anders funktionierendes System, den Praxiszusammenhang Kunst der Gesellschaft repräsentiert, zu übertragen, ohne dafür eine über das Assoziative hinausgehende Legitimation zu haben. Gerechter wird man im Gemälde hingegen, so mein Vorschlag, wenn man versucht, es zuvorderst aus seinen eigenen Voraussetzungen heraus zu verstehen, es anstatt an externen Vorstellungen an seinem eigenen Begriff zu messen, den Jägi als eine Art Problem- oder Aufgabenstellung begreift. Eine Aufgabenstellung, die im Eingedenk seiner eigenen Geschichte aufgegeben ist. In diesem Fall wäre das Gemälde ganz wörtlich an dem zugrunde liegenden Bildbegriff zu messen. Dieser historisch begründete Bildbegriff wird Bild für Bild, in besagtem Vollzug, ebenso perpetuiert wie ausdifferenziert und transformiert. Im Fall des Begräbnisses bedeutet dies, das war groß im Format, und das ist ja eine Rezeptionsvorgabe und einer in Handlung begriffenen Mehrfigurigkeit vor der Folie einer Landschaft erst einmal an vorherrschende Regeln eines spezifischen Bildbegriffs, dem der Historienmalerei angeschlossen wird. Als ein solches wird es auch von Theophile Gautier problematisiert im Salon von 1851. In diesem normativen Erwartungshorizont hat sich Courbetes Gemälde zu behaupten, zu profilieren. Und allein hier kann Courbet die Devianzabweichung im Sinne einer Kritik an diesem Horizont formulieren. Das Gemälde ist in diesem Sinn analog zum selbstinterpretierenden Charakter von Personen, eine sich selbstinterpretierende Gestalt. Insofern ist nicht nur etwas tun und verkörpern, sondern sich in diesem Tun als etwas verstehen, das heißt Konzepte von sich ausbilden und diese als Anspruch auf das richtige, praktische Selbst- und Weltverhältnis formulieren und aber auch daran scheitern kann. Das heißt, kritisch ist das Gemälde ganz im Sinne der griechischen Kunst kritikiertekne erst einmal sich selbst, seinem eigenen historischen Begriff gegenüber. Eine kritische Form ist eine sich zuvorderst zur eigenen künstlerischen Praxis selbstreflexiv ins Verhältnis setzende Form. Das Abweichen von einem Bildbegriff, in den Künstler wie Courbet hinein sozialisiert wurden, der seinen Handlungsrahmen absteckte und dem er nicht zuletzt aufgrund kommunikativer Verbindlichkeit auch verpflichtet war, impliziert allem voran Reibungsverhältnisse innerhalb der Malereigeschichte und trägt katalysatorisch erst einmal zu deren Transformation bei. Regine Prager identifiziert hier, wenn ich sie richtig verstanden habe, ikonoklastisches Potenzial, das für Courbet's Kunstschaffen in der Tat bislang nicht hoch genug veranschlagt oder aber zu kurz schließen und direkt mit Formzertrümmerung und weltabbildender oder symbolischer Funktion und Absicht gleichgesetzt worden ist. Um diesen Kurzschluss zu vermeiden, rücke ich das Gemälde im folgenden Versuchsweise als das, was es ist, ein Gebilde mit ganz eigenen, nämlich formalen Fragen, die ihm qua Begriff gestellt werden, in den Fokus und Versuche vor Augen zu führen, was damit zu gewinnen wäre. Gemessen an seinem eigenen Begriff eines Historienbildes, das sich ausgehend von Alberti, vor allem über das Reglement der Französischen Akademie normiert hatte und auf das Courbet qua Format abhebt, strapaziert, ja invertiert Courbet dessen normative Verfasstheit bis aufs Äußere. Das Geschehen lässt sich nicht in einem Guckkasten oder als Überschau einfangen. Auch bühnenartig, bildparallel funktioniert es im Grunde nicht wirklich, da die Körperformen miteinander verschmelzen, durch ein opakes Schwarz vereinheitlicht und flächig werden und weil der Bildraum sich über das Grab zum Betrachter hin öffnet. Eine lesbare Historia, die sich vor allem über die Darstellung von Affekten dem Betrachter vermitteln und diesen bewegen und belehren sollte, ist im Gewimmel der Menschen schwerlich zu identifizieren. Zerfließen, nicht Verdichtung, ist das waltende Prinzip des Gemäldes. Das im Bildzentrum befindliche Grab eine buchstäbliche Leere kommt, wie auch der Sarg, fast beiläufig daher und sorgt eher für Irritation, als dass es der Deutung des Bildes zuträglich ist. Es nimmt den Platz ein, der eigentlich für den Helden vorgesehen ist, um den herum sich, für den nicht aus Ornance stammenden Betrachter ausnahmslos nicht benennbare Personen und die auffallend durchcharakterisiert, wie Theophil Gauthier monierte, gruppieren. Charakterköpfe. Anstatt unter einer bestimmten Perspektive, also Vergangenheit zu vergegenwärtigen und einem für memorierungswürdig erachteten Augenblick der Geschichte eine bündelnde Form zu verleihen, schallt Erinnerung wieder dem Titel des Bildes, das Letzte zu sein, was die Versammelten hier in ihrem losen Defilé orientiert und verbindet. Ein Defilé, das auf keinen identitätsstiftend erhebenden gemeinsamen Moment hin ausgerichtet ist. Theophil Gauthier monierte auch eben, es fehle irgendwie ein allgemeiner Gedanke und der Betrachter fühle sich davor total ungewiss, also die Kategorien gehen da irgendwie verloren, um das Ding zu greifen. Das Konstituenz von Historienmalerei wird damit unterlaufen und gleichzeitig funktioniert diese mehrfache und grundsätzliche Infragestellung der Gattungsnormen nur an dieser Gattung selbst, das heißt immanent. Um ein Dergestalt an seinem eigenen Begriff gemessenes Kunstwerk nun zur Gesellschaft ins Verhältnis zu setzen und dieses Verhältnis methodisch doch irgendwie zu fassen, wäre meines Erachtens bei der sozialen Verankerung dieser Begriffe bei ihrer Funktion innerhalb sozial konstituierter Institutionen anzusetzen. Anstatt mit Blick auf das Begräbnisgemälde, also nach etwa dargestellter Sozialkritik als einem positiv gesetzten Sinn zu fragen und auf einen diffusen allgemeinen gesellschaftlichen Zeitkontext zu rekurrieren, ist der insbesondere auf die Historienmalerei Druck ausübende Salon-Kontext zu berücksichtigen. Innerhalb dessen Kobe operierte, lässt sich ein Gemälde wie das Begräbnis hier nicht auf den Bedeutungen tradierter Maßen stabilisierenden Begriff bringen und erfüllt es seine Funktion nicht so, wie es Eingedenk seiner Begriffsgeschichte erwartet werden darf. Das heißt, bleibt die Konstruktion von Bedeutung nicht auf gewohnte Weise subkutan und unterschwellig und auf tradiert codierte Weise betrachterlenkend, dann wird der Begriff des Historienbildes respektive sein Anspruch der Repräsentation provoziert und im Grunde Repräsentationskritik praktiziert, die sich gegen eine unhinterfragte Vorstellung von Bildern als Abbildung einer nichtvisuellen Wirklichkeit richtet. Das heißt, Kobe durch Kreuz in erster Linie qua Intervention Repräsentationsmechanismen macht deren Normativität explizit und als gestaltet, ja als gestaltbar und veränderbar bewusst und destabilisiert der Gestalt die Konzeption von Kunst als Symbolraum für gesellschaftliche Selbstverständigung. Und hier zeigt sich, dass und inwiefern die internen Gestaltungsprinzipien oder Geltungsprinzipien der Kunst mit ihren externen Aufgaben einen sie immer mitstrukturierenden Anker in der Welt haben. Ein Anker, den Kobe aber lichtet. Leider kann ich aus Zeitgründen jetzt nicht mehr darauf eingehen, dass dieses Vorgehen Kobes sein gesamtes Werkschaffen prägt, aber man bei jedem Gemälde eben aufs Neue gucken müsste und damit auch der Partikularität der Bildung und Kunst gerecht werdend oder ermitteln müsste, wie genau dieses in Frage stellen tradierter Bildbegriffe und Malerei geschichtlich zentraler Fragen und Programmatiken funktioniert. Ich bin mir sicher, dass man so auch den anderen Klassikern, Bildklassikern von ihm neue Perspektiven abbringen und sein Oeuvre vielleicht auch anders verstehen kann. Denn für alle, ich zeige Ihnen, worüber man vielleicht im Anschluss diskutieren könnte, einfach mal eine Folie mit Bildern, wo mir das sofort ins Auge springen würde, ohne dass ich jetzt was dazu sage. Denn für alle Gattungen, mit denen Kobe sich befasst, ist die akademische Normativität der jeweiligen Gattungs- und Malereipraxis letztlich konstitutiv. Und ich bin voll und ganz bei Daniela Stöppel, die Kobe vom Historismus aus zu verstehen versucht. Wobei ich ergänzen würde, er ist dies im Sinne eines Anti-Akademikers und führt vor, dass und wie fern im Sinne Adornos Autonomie nur gegen den Betrieb haltbar ist. Auch Kobes Selbstaussagen sind in dieser Hinsicht einer Relektüre zu unterziehen. Etwa, wenn er proklamiert, die Kunst der alten und modernen unvoreingenommen studiert und aus der Kenntnis der Tradition das vernünftige und unabhängige Gefühl seiner eigenen Individualität geschöpft zu haben. Man habe so ein anderes Statement von Synthese zu Synthese voranzuschreiten, stets beim Vorliegenden, das heißt immanent ansetzend. Interessant auch seine Zahlen an Way, wo er auf die Unterstellung, er mache mit seiner Malerei Politik, kontert, dass er schlicht male. Kommen wir aber zum Begräbnis zurück und halten fest, das Gemälde arbeitet sich an seinem eigenen Begriff ab. Wobei es so weit geht, dass es sich schließlich gar nicht mehr so ohne weiteres auf diesen Begriff, der es identitär konstituiert, bringen lässt. Und genau hier, in der sich auftunenden Kluft zu seinem Begriff, ermöglicht das Gemälde qua Irritation einen Raum des Fragens und sich Einbringens des Betrachters, der in seiner Radikalität und Offenheit über das hinausgeht, was Wolfgang Kemp in seiner Rezeptionsästhetik als Leerstelle oder als impliziten Betrachter beschrieben hat. Während hier in der Rezeptionsästhetik dem Künstler die Strategie der gezielten Betrachterlenkung qua Gestaltung überantwortet und dem Bild damit ein direktives Prä in der Bedeutungskonstituierung zugesprochen wird, ohne dabei allerdings am Bildbegriff an und für sich zu rütteln, sondern ganz im Gegenteil, um diesen Bildbegriff zu stabilisieren. Es legt Courbet an die Grundfesten genau dieser Begriffe respektive ihrer konstitutiven Rhetoriken Hand an und stellt das entlang fester kurz geregelte Spiel der Zeichen, das Funktionieren der Bilder im Sinne einer etablierten Repräsentationspraxis, ganz grundsätzlich in Frage. Und genau das ist es, was die Betrachtenden irritiert und provoziert. Keineswegs aber eine quasi unmittelbare oder aber quasi symbolischer Form mittelbare Thematisierung gesellschaftlicher Fragen und Probleme im Bild. Abweichung vom Bildbegriff wird vor dem Bild als Unbehagen empfunden und dann in einem Analogieschluss als soziale Destabilisierung als Thema interpretiert und dem Bild als intentionale Stoßrichtung eingestiftet. Damit werden Kubis Werke auf die von Greenberg als unzulässig erachtete Weise als Indikatoren für etwas anderes projektiert und auf diese Weise Bedeutsamkeit generiert. Nicht ausgesprochene Prämisse ist dabei, mit Blick eben auf die Sozialgeschichte, ein Wertvorstellungen der 60er, 70er Jahre implizierender Kunstbegriff. Der Kunst so versteht, als trage sie Wirklichkeit strukturell kodiert und verdichtet in sich und müsse in Folge in dieser Hinsicht nur noch entschlüsselt werden. Dabei sollte sie nicht länger wie in der idealistischen Ästhetik Gegensätze versöhnen, sondern diese Gegensätze vielmehr als solche auch ausstellen. Die Bruchlinien in Kubis Werken ließen sich dafür symbolisch in Dienst nehmen und narrativ in die eigenen Wert- und Weltvorstellungen eingemeinten. Aus dem Bild als Kompensat wurde so das Bild als sei es ein Graf mit gleichsam dokumentarischem Charakter. Fazit Was Kobes Malerei meines Erachtens tut, ist, dass sie sich aus dem Selbstverständnis eines eigenen Praxiszusammenhangs heraus, das heißt eingedenk der eigenen Tradition, zu sich verändernden Erfahrungskontexten reaktionsfähig ins Verhältnis setzt. Hier erfolgt die Wendung nach außen vielleicht, von der Adorno spricht. Dabei performiert Kobes Malerei Möglichkeiten einer distanzierenden und freien Aneignung von tradierten, disziplinierten Regelwerken und macht im Zuge dessen die Generierung von Bedeutung als Prozess bewusst. Ein Prozess, der in der Moderne auch auf eine neue Weise mit und vor dem Bild zu leisten ist. Mit Adorno ließe sich hier vielleicht, weiß ich nicht, können wir diskutieren, insofern von einer Objektivierung gesellschaftlicher Tatsachen und Funktionsweisen Quam Malerei sprechen, als wir es Mitte des 19. Jahrhunderts mit einer bürgerlichen, werter aushandelnden und dafür neue Institutionen etablierenden Gesellschaft zu tun haben, wo sich mit Blick auf die Kunst, zumal der Salon und die Kritik einbürgerten und gegen die Akademie durchsetzten. Mit der Folge, dass die akademische Kunsttheorie als externes Normierungssystem der Kunst mit ihren festen A priori-Kategorien, auf die sie Bilder festlegte, an ihre Grenzen stößt. Gautier, der da aufgibt, fragt, was ist das? Nicht zu fassen. An ihrer Stadt stellt die Kunstkritik, die bezeichnenderweise ja an Courbets Werken in bis dato ungekanntem Ausmaß entbrannte, die angemessene Reform der Auseinandersetzung dar. Die, analog letztlich zu Courbets Malerei, die tradierten akademischen Kategorien und Maßstäbe zwar weiterhin in sich trägt, nun aber nicht mehr als absolute, sondern als heuristische Setzungen. Kategorien wären nun als veränderbar, das heißt kritisierbar, aufgefasst. Keineswegs mehr als das Bild auf etwas Allgemeines hin transzendierende Maßstäbe. Dabei ist das Seherlebnis der Ausgangspunkt. Evidenz wird gleichermaßen dabei vorausgesetzt wie verhandelt. Diese Evidenz hat sich im Gespräch entlang der Werkstrukturen, Entschuldigung, Kunstkritik hat diese Evidenz im Gespräch entlang der Werkstrukturen zu behaupten und hier Idealiter intersubjektiv nachvollziehbar zu sein, um nicht ins beliebige und ideologische abzugleiten. Und das Werk ist es, das dabei als korrektiv, als objektiv gegebenes Korrektiv gereicht. Die Narrativierung der Werke wird zum Betrachter nicht auf ein etwaiges a priori, einen Text, Kategorien etc. geschlossen, sondern zu ihm hingeöffnet. Bleibt dabei aber immer rückgebunden an den besagten Begriff, an die Tradition, die das Sprechen auch über Kunst weiterhin rahmt und bedingt. Das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft verändert sich, kurz gesagt, grundlegend. Bedeutung, Verbindlichkeit ist nicht länger Herzige geben, sondern zu erstreiten und auf dem Boden einer geteilten Tradition zu erarbeiten. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, lieber Herr Brabant, ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich freue mich, mit Frau Marchal ins Gespräch zu kommen und sehe, dass ich hier sozusagen Eulen nach Athen trage, was mich natürlich auch wiederum freut. Also es wird sich, ich freue mich über diese Rezeption natürlich kleinerer Korbet-Texte von mir und überhaupt über diese Aufnahme einer Diskussion von einem, würde ich mal sagen, dem Versuch einer historischen Bildwissenschaft, so würde ich vielleicht mal einen Ansatz kennzeichnen. Es wird sich also einiges wiederholen, aber das ist vielleicht nicht schädlich. Ich möchte die Bedeutung Courbets und insbesondere die des Atelierbilds für die Sozialgeschichte der Kunst betrachten, mit dem Ziel, die methodischen Desiderata aufzuzeigen, die in dieser Liaison deutlich werden. Wie kein anderes Selbstporträt thematisiert Courbets Werk selbst den Bezug, zwischen Künstler und Gesellschaft. Sein programmatischer Realismus in zwei kurzen, manifestartigen Texten von 1855 und 1861 dokumentiert, scheint auf der einen Seite als Gründungsdokument der Social History gelten zu dürfen, der sich nach 1968 ganz besonders durch Courbet und sein politisches Engagement inspirieren ließ. Ganz besonders anschaulich wird das vielleicht durch diesen Blick auf das Cover der Tendenzen von einem der damaligen 68er Reinhard Hiepe herausgegeben und auf dem Frontispeed sieht man eben Courbet im Kreise der Kommunarden als Identifikationsfigur dieser neuen Kunstgeschichte, der Sozialgeschichte. Zu nennen sind, was Courbet betrifft, auch maßgeblich der schon genannte T.G. Clark, außerdem Linda Nocklin und Klaus Herding für die klassische Sozialhistorie. Auf der anderen Seite, also ich habe als ersten Punkt genannt, Courbet als Gründer der Sozialgeschichte der Kunst, also ein vermeintlich inhaltlich aufschlussbares, aufschlussfähiges künstlerisches Schaffen. Auf der anderen Seite ist und bleibt das Atelierbild ein Rätsel, das einen politischen Sinn nicht klar ausspricht. Und hier wäre die Wunde, in die ich den Finger legen will mit Frau Marchal. Denn die sozialgeschichtliche Methode, die ikonologische Verfahren verwendet, behandelt das Kunstwerk als Gegenstand einer Entschlüsselungsarbeit, die auf Rekonstruktion eines intendierten Sinnes zielt. So vielschichtig die recherchierten Referenzen und Kontextinformationen auch sein mögen, zielen sie auf einen homogenen Gehalt. Einig ist man sich bei aller kontroversen Deutung im Einzelnen über den Manifestcharakter des Ateliergemäldes, das bekanntlich aus Anlass der Weltausstellung 1855 entstand. Der Künstler stelle sich, indem er das Bild einer reinen ursprünglichen Natur male, als Verkünder einer künftigen Gesellschaft dar, die von Entfremdung, Repression und Elend befreit wäre. Der Messias gleiche Maler erlöst so gesehen, unterstützt von seinen rechts dargestellten Freundinnen und Förderern aus der Welt der Kunst, darunter Baudelaire, Proudhon, der Mäzen Brouillard und die Freunde aus Ornon, die links dargestellte gewöhnliche Welt, die nach Courbets eigener Beschreibung vor allem Ausbeuter und Ausgebeutete kennt. Die ökonomische Sphäre dieser schlechten Wirklichkeit wird durch den Kleiderverkäufer, hier im Hintergrund rechts, besonders signifikant. Wir hätten somit ein Beispiel der Art Engagé vor uns, die einem demokratischen beziehungsweise anarchistischen Credo und humanen Wirkungsinteresse folgt. Elend Toussaint's Identifizierung des Kaisers, Houssaint's Identifizierung des Kaisers, seiner ministerialen Entourage und Vertreter nationaler Einigungs- und Befreiungsbewegungen, zum Beispiel Garibaldi, im linken Bildteil, hat den Impuls zur Dechiffrierung von Motiven verstärkt und bekanntlich Herding zu seiner einflussreichen These geführt, Courbet, zeige sich hier als Gastgeber und Mahner Napoleons III. Exemplarisch wird hier die Prämisse der Deutungsoperation. Ein Motiv oder Motivkomplex muss zum Schlüssel des Ganzen erklärt werden. Auf die Neigung, das Fehlen von Eindeutigkeit auf diese Weise methodisch zu kompensieren, hat unlängst Johannes Grawe in seiner in der Kunstchronik publizierten Studie zu der vielleicht rätselhaftesten Bildfigur des sogenannten Gliedermannes und seinen christologischen Konnotationen hingewiesen. Voraus ging unter anderem die Studie von Dieter Scholz, in der Proudhon's Anarchismus zugrunde gelegt wird, sowie die große Untersuchung von Stephanie Marchal zu Courbets Selbstbildnissen, die im Kontext des Rahmenthemas das im Schatten der Leinwand inszenierte Golgatha-Thema näher ausgedeutet hat. So nachvollziehbar besonders letztere Motivdeutung ist, kann sie, ich glaube, hier sind wir auch einig, eine allegorische Gesamtaussage, ein Sinnbild im herkömmlichen Modus schwerlich begründen, ohne die Konflikthaltigkeit der Bildanlage zu vernachlässigen. Ich möchte meinerseits ein möglicherweise anregendes Gemälde Altdorf aus Christus am Kreuz benennen, das in der Rückenfigur des Johannes religiöse Andacht und ästhetische Schau der Landschaft noch verschmelzen kann, wo der antiklerikal eingestellte Courbet einen Bruch zwischen religiöser und ästhetischer Erfahrung vollzieht. Gleichwohl ist aufschlussreich, dass Courbet den Terminus Allegorie in seinem enigmatischen Bildtitel einführt und ihn paradoxerweise mit dem Adjektiv real verknüpft. Hier nochmal mit Bildtitel. Also als diesen Begriff Allegorie als ergänzende Qualität eines erneuerten Realismus markiert. Nicht weniger bemerkenswert ist das Werk Determiné, das Courbet anstelle von Représenté verwendet und das der malerischen Arbeit eine Art analytische Kraft zuzuweisen scheint. Courbet spricht in seinem Atelierbild, anders als seine berühmten Vorgänger Plameer und Velázquez, über seine Geschichte, sein politisches wie künstlerisches Erwachen seit 1848. Es soll ja die Phase von sieben Jahren seines künstlerischen Lebens darstellen oder bestimmen, besser gesagt. Und unzweifelhaft spricht Courbet, wie schon in La Rencontre, über seine künstlerische Autonomie, die er 1849 durch seinen Weggang aus Paris ins heimatliche Ornan, also in der heimatlichen Natur, erreicht hatte und die ihn von der Gesellschaft trennte. Über dieses Patronageverhältnis hat Christine Tauber gerade jüngst geschrieben in der Frankfurter Allgemeinzeitung. An dieser Stelle drängt sich bereits der schon genannte Begriff oder die schon genannte ästhetische Theorie Adornos auf und vor allem hinsichtlich eben der dialektischen Anstrengung, Kunst als fessosial und als autonomes, glückverheißendes Werk zugleich zu verstehen. Von einer Zweigeteiltheit der figürlichen Bildwelt, also des Atelierbildes, spricht Courbet in seinem viel zitierten Brief an Jean Fleury. Auf der einen Seite die Kunst, auf der anderen die gewöhnliche Welt, die, so Courbet, vom Tod lebt. Anstatt eine vermittelnde Deutung anzubieten, freut er sich diebisch darüber, dass die Leute, ich zitiere, die gerne Urteile fällen, viel Arbeit haben werden. Das kann natürlich auf die Absicht eines versteckten Sinns hindeuten, den man dann aufschlüsseln soll. Es kann aber auch eine Absage überhaupt an den Aussagecharakter, also die Propositionalität sein. Und das ist eher sozusagen der Sinn, auf den ich hinziele. Die Zeitgenossen machten sich diese Arbeit, von der Courbet sprach, nicht. Sie monierten schlechthin die fehlende Einheit des Bildes. So erregt sich nicht nur Quilombois in seiner Karikatur über die falsche Perspektive im Atelierbild. Der in ihm porträtierte Freund, der Volkskundler und Literat Jean Fleury, äußerte sich in einem Brief an Georges Saint moralisch irritiert durch die Nähe des zeichnenden Kindes zur nackten Muse des Künstlers. Quilombois macht aus der Konstellation des finsteren Schnurrbart-Trägers Jean Fleury und dem unter seinem Stuhl zeichnenden Kind eine groteske Pointe seiner Zeichnung, die wiederum dem Fehlen einer evidenten szenischen Einheit und bedeutungshaften Hierarchie geschuldet ist. Die Karikatur bezieht ihre Boshaftigkeit aus der drastischen Dekomposition, resultierend aus der Vereinzelung der komischen und ungeschickten Gestalten einerseits und einer wirren Masse der Atelierbesucher andererseits. Delacroix, einer der wenigen Zeitgenossen, die dem Bild Wertschätzung zollten, bemerkte in seiner formalen Zweideutigkeit seinen einzigen Fehler. Zitat, es sieht so aus, als wäre mitten im Bild ein wirklicher Himmel. Zitat Ende. Er spricht von der klaren Himmelsbläue der Landschaft auf der Staffelei, deren Wirklichkeitsgrad im Verhältnis zu dem im dunkel versinkenden Atelierraum gesteigert erscheint und damit die dargestellte Relation von malerischer Fiktion und gesellschaftlicher Realität von innen und außen verkehrt. Seine Irritation wäre durchaus auch, auf die diffusen landschaftlichen Umrisse des monumentalen Bildes des Paisons de Flagy revenant de la Foie zu erweitern, die die enorme Rückwandfläche des Ateliers zwischen angedeuteten Pfeilern einnehmen und die physische Schwere der Wand atmosphärisch aufzulösen scheinen. Einem Gestirn gleicht ein an der Rückwand aufgehängtes Gipsrelief, das vermutlich das Porträt von Virginie Binet der ehemaligen geliebten Courbets zeigt. Der von Delacroix kritisierte Bruch mit dem Gattungskarakter des Interieurs, dem das Fehlen einer sinnfälligen Handlung, ja auch die Materialität der teilweise von ihrem Darstellungswert entbundenen Farbe entspricht, lässt sich dies meine These mit dem brächtischen Verfremdungsverfahren fassen. Während die Sozialgeschichte Clarks und Nocklin Courbet ausdrücklich von der Avantgarde trennt, kann nur von ihr aus der positivistische Bann aufgehoben werden, der die Interpretation an den Bewusstseinshorizont der Kunstrezeption des 19. Jahrhunderts kettet, also an apologetische Argumentationsmuster, die die Entzweihung des Bildes zum Anlass nehmen, die Oppositionen wieder zu einer Sinn-Totalität zu versöhnen. Dem würde ein materialistischer Ansatz dadurch widersprechen, dass er die partielle Defunktionalisierung und De-Anekdotisierung der Motive als entscheidende Techniken einer kritischen Arbeit versteht, wie schon gehört, also Gesellschaftskritik, in der Kritik des klassischen künstlerischen Bildes verankert. Brecht zufolge sollen die Trennung und Neukombination der Elemente eines Mediums die immersiv-eskapistische, an feste Größen gebunden Rezeptionserfahrung unterbrechen und so durch die Negation der ästhetischen Norm die Wahrheit der gesellschaftlichen Verhältnisse bewusst machen können. Grundlage ist hier die Auffassung der künstlerischen Gestaltung als einer selbst sozialen, durch Geschichte geformten Herrschaftspraxis. Nach Marx ist der Ideologiecharakter der Kunst in Rechnung zu stellen, dem die Sozialhistorie jedoch ausweicht. Marx' Gesellschaftstheorie zufolge gibt es aus ihm, also aus diesem Ideologiecharakter, kein Entkommen, doch kann der Sicht des Apparats bewusste Künstler diesen reflektieren. So etwa, wenn Courbet die Raumlogik des Ateliers zersetzt und hierdurch ein doppeltes Wirklichwerden der Landschaft kreiert, die im Hintergrund die apathisch in sich versunkenen Vertreter der schlechten Wirklichkeit hinterfängt, sie in den Raum der Kunst einbindet, was keineswegs jedoch die utopische Kraft der Kunst einfach beglaubigt. Courbet stiftet durch die Entkräftung der perspektivischen und narrativen Bildeinheit eine dynamische Sinnstruktur des Bildes, die den theatralen Erzählraum überlagert und zwischen den Welten vermittelt, also die Frage bearbeitet, wie Kunst sich zur Gesellschaft verhält. Nur indem Courbet die Irrealität des perspektivischen Bildraums und seines einheitlichen Sinnversprechens destruiert, wird er Realist. Der innere Widerspruch zwischen sozialer Bedingtheit und Autonomie der Kunst manifestiert sich auf einer tieferen, bisher meines Ermessens nicht kommentierten strukturellen Ebene. Courbet präsentiert sich zweifach in seinem Selbstporträt als Landschaftsmaler und markiert durch seine links unten auf dem Gemälde eingetragene Signatur als Maler der Gesellschaft, in die er sich als Landschaftsmaler integriert. Wir haben es schon aufgrund der enormen Raumgröße des Ateliers mit zwei konkurrierenden, ineinander verschachtelten Bildern und Selbstentwürfen zu tun, die sich, ohne ineinander aufzugehen, gegenseitig kommentieren und reflektieren. Ich möchte so weit gehen zu behaupten, dass die filmische Montageästhetik, die aus der Zweiheit des Bildes den kritischen Gedanken schöpft, von der Malerei vorweggenommen wird. Die mittlere Figurengruppe ist zwar plastisch hervorgehoben, behauptet sich aber nicht als eine sakrale Autorität, wie sie die zitierten Bildformeln des eingesetzten Gnadenbilds oder des Triptychons einst hervorbrachten. Auch die organische Koordination des Gruppenbilds wird torpediert durch die unvermittelte Reihung der Figuren. Und keiner der Blicke, ausgenommen der des Künstlers und der des Modells und auch des Bauernknaben, trifft das Bild auf der Staffelei auch nicht die Blicke der in seine Richtung aufgestellten Kunstliebhaber. Der unsichtbare Maler des ganzen Bildes verschiebt und verweigert also den Fokus auf das Tableau, dem sich der sichtbare Maler ganz hingibt. Das Subjekt-Objekt-Verhältnis, das sich im Gegenüber von Maler und Sujet, Maler und Modell artikuliert, wird gleichermaßen multipliziert wie aufgehoben. Als zentrales Beispiel ist die Verwandlung der weiblichen Aktfigur vom Objekt zum Subjekt des Schauens anzuführen, das ein Kollektiv mit der Künstlerperson bildet. Beide sind in der Hingabe vereint und einander angeähnelt, auch eine Reminiszenz auf das romantische Freundschaftsporträt, vielleicht auch eine Erinnerung an Les Amants dans la Campagne von 1844, wo auch schon eine interessante Reibung zwischen dieser Tradition, meine ich, dieses Freundschaftsporträt und des Genrebilds, weil es handelt sich um ein tanzendes Paar, wo schon eigentlich diese Vermischung, Verfransung von Gattungen passiert. Die Einheit von Zeit und Raum im bühnenartigen Arrangement und der Mittelszene, vor allem im Spiel der Katze, geradezu paradigmatisch evoziert, zersplittert in der Montage szenisch unverbundene Einzelporträts und Gegenstände im diffusen Raumdunkel. Der nicht szenisch aufgelöste Modellcharakter der Figuren, einschließlich der des Künstlers, denn auch für seine Darstellung greift Courbet auf ein existierendes Porträt zurück, thematisiert immer wieder die Repräsentation als solche, eine iterative, dynamische Sinnstruktur überlagert und korrigiert das Sujet. Das wäre jetzt weiter zu verfolgen. Ich hebe nur eine Sache hervor. Ich meine, dass die Textilien, die Sie ja auch ansprechen in Ihrem Buch, hier ein solches Wiederholungsmoment sind, also dass der Gegenstand des Warentaus, also dieser Kleiderstoff, dann doch auch wiederkehrt in der Kunstwelt als Malereisymbol in dieser prächtigen Stola der mondänen Dame rechts im Vordergrund. Und eine grundsätzlichere Beobachtung müsste sich dann eben heften an diese Wiederholung von Sitz- und Standfigur, die durchs ganze Bild hindurch geht und diese Zweiheit infrage stellt, also vor allem als Hierarchie infrage stellt. Statt diesen Deutungsfaden hier weiterzuentwickeln, möchte ich aber noch einmal genauer fragen, warum die Sozialgeschichte diese Verfremdungsmethoden Courbets kaum berührt. Diese Frage trifft sich mit der nach dem Grund für das Ausbleiben einer stichhaltigen materialistischen Konzeption, die Courbets programmatische Negation des Ideals in einer methodischen Kritik der geistesgeschichtlichen Grundlagen des Faches hätte verankern müssen. So wird Courbets Negation ästhetischer Normativität nicht wirklich ernst genommen, sondern in der gelingenden Repräsentation demokratischen, anarchistischen oder sozialistischen Gedankenguts positiviert. Aus welcher historischen Notwendigkeit aber ging diese Reformauffassung hervor? Wissenschaftliche Richtschnur sozialhistorischer Forschung ist die Quellenkritik, also die Auswertung zeitgenössischer Dokumente, die der Rekonstruktion des weltanschaulichen Gehalts und der Funktionen des jeweiligen Kunstgegenstandes dienen sollen. Dem konservativen Formalismus stilgeschichtlicher Provenienz, dem ideologische Unterstützung des Naziregimes vorgeworfen wurde, hielt man die historisch-kritisch erodierte gesellschaftliche Bedingtheit der Kunst entgegen. Denn als Grundübel der etablierten Kunstwissenschaft galt die Verherrlichung des Kunstwerks als einer geschichtsenthobenen Größe. Warnkes berühmte Untersuchung kunsthistorischer Populärliteratur, die ja vor einiger Zeit auch neu veröffentlicht worden ist in der Kunstchronik, hat diesen Gestus gezeigt. Der priorisierte Kampf gegen den Formalismus ließ es also nicht zu, die ästhetische Form selbst als soziohistorischen Gehalt zu erfassen. Die Form ist im Sinne von Panowski symbolische Form, so etwa in Herdings Deutungen der späten Landschaften als Egalitätsausdruck. Zugunsten romantischer Entgrenzung, so würde ich das deuten, zugunsten romantischer Entgrenzung der Kunst ins Leben, grenzt man sich gegen die aufklärerische Position der Autonomieästhetik ab, die, was gegen diese Abgrenzung spricht, der Kunst ein eigenes kritisches Erkenntnispotenzial verliehen hatte. Wie in einem aufschlussreichen Text von Wolfgang Kemp nachzulesen ist, wollte die Sozialgeschichte den Kontextraub infrage stellen, der durch die postrevolutionäre Musealisierung der Kunst verübt worden ist. Die Sozialgeschichte stellte also die gesellschaftliche Relevanz des Faches unter Beweis, indem sie die museale Existenzweise der Kunst durch ihre Interpretationsarbeit korrigierte, ihr die gesellschaftliche Funktion zurückerstattete, die Wunde der Revolution zu heilen versuchte. Die Protagonisten von 1968, verantwortlich für die mittlerweile institutionalisierte Kontextkunstgeschichte, erneuerten somit die antihegelianische, positivistische Basislehre der Disziplin. Anders gesagt, blieb die Kunst Objekt und wurde nicht zum Subjekt der Geschichte. Als Anwälte der Künstlerperson und ihres sozialkritischen Engagements binden sich die Sozialhistoriker ausdrücklich an den zeitgenössischen Rezeptionshintergrund, etwa an Proudhons Anarchismus oder Jean Fleury's Rehabilitierung der Imagerie Populaire. Sie behaupten, dass es die von den Kritikern vermisste allgemeine Idee und Einheit in Courbets Bildern durchaus gäbe. Mit dieser Rechtfertigungsstrategie, so meine Überlegung, glätteten die wohlmeinenden Kritiker, die sich freilich auch, also die Vorläufer der Sozialhistoriker, die sich freilich auch auf Äußerungen und Standpunkte des Künstlers selbst beziehen konnten, den widersprüchlichen Charakter der Malerei Courbets, der im Atelierbild eine neue Schärfe erreicht hat. Letzten Endes ist es die von Solar beschworene höchste Autorität der Individualität, die, übersetzt in Weltanschauungsdeutung, für jene Geltungskraft klassischer Repräsentation einsteht, die der Maler doch, indem er sie zum Thema macht, infrage stellt. So jedenfalls lässt sich seine Definition des Realismus in der Negation des Ideals verstehen, als eine in der Immanenz der ästhetischen Form, als immanente Kritik wirksame. Sie greift mit ernkeres Klassizismus das gesamte neuzeitliche Bildwesen an und attackiert auch das darin begründete Subjektkonzept, das sich im Sinne Descartes als reine Geistigkeit versteht, einem Absoluten hingegeben ist. Statt in dieser widerständigen, negativistischen Formhandlung selbst die soziale als künstlerische Praxis auszumachen, installierte die Sozialgeschichte eine Relation von Werk und Umwelt, die die Struktur der vormodernen Repräsentationsweise des Historienbilds erneuert. Nur, dass an die Stelle der mythologischen Inhalte die konkrete Wirklichkeit der Epoche mit ihren politischen und ökonomischen Aspekten tritt. Courbets Manifeste des Realismus, ich komme dann zum Ende, scheinen der heutigen Kontextkunstgeschichte ein frühes Dokument zu liefern. Der entscheidende Satz lautet, ich mache das jetzt gleich deutsch, imstande zu sein, die Sitten, die Vorstellungen, das Gesicht meiner Epoche nach meinem Dafürhalten zu übertragen, nicht nur ein Maler, sondern auch ein Mensch zu sein, mit einem Wort lebendige Kunst zu machen, das ist mein Ziel. Courbets Art Vivant grenzt sich ab gegen die von Théophile Gautier vertretene L'Art pour L'Art. Genau besehen lässt sich diese Abgrenzung jedoch nicht halten, denn auch Courbet geht es primär um künstlerische Autonomie. Zitat, ich wollte ganz einfach aus der umfassenden Kenntnis der Tradition das begründete Gefühl der Unabhängigkeit meiner eigenen Individualität schöpfen. Zitat Ende. Die in der Antwerpenrede in 1861 zum Kernpunkt des Realismus erklärte Verneinung des Ideals meint gleichermaßen den durch das Studium der alten und modernen Kunst erschlossenen Weg, Zitat, zur vollen Selbstbefreiung des Individuums, Zitat Ende, auf die erst in einem zweiten Schritt, und zwar umstandslos, der Ausblick auf eine, Zitat, Verwirklichung der Demokratie folgt. Dieser Sprung von der künstlerischen Autonomie des befreiten Individuums zur Demokratie ist auf einer anderen Ebene nicht weniger rätselhaft als das Werk Courbets und bedürfte einer kritischen Analyse. In einem Tagungsbeitrag haben Frau Marchal und Daniela Stöppel auf dieses Desiderat einer Kritik des Künstlerworts hingewiesen. Die begründete Frage nach dem emanzipatorischen Potenzial einer Kunst, die sich dem gängigen Sinnverstehen widersetzt, ist durch die Sozialhistorie, also weder anhand der Zeitdokumente noch anhand der künstlerischen Form explizit gestellt worden. Eine philosophisch und soziologisch qualifizierte Prüfung des Kritikbegriffs könnte sich etwa mit Hilfe von Ines Klesatte dem Abgleich des Kunstverständnisses von Pierre Bourdieu und Adorno widmen. Das ist ein Aufsatz, der heißt Ästhetik der Distanz, und da geht es, also ein Sammelband von Sonderegger herausgebracht, wo Bourdieu die Autonomiekritik der Sozialhistorie in eine Theorie des Habitus übersetzte, die keinen Raum lässt für den Erkenntniswert des Werks, so auch die Kritik von Ines Klesattel, hält Adornos ästhetische Theorie, ohne die gesellschaftliche Substanz der Kunst zu bestreiten, einen objektiven Werkgehalt fest. Ja, macht in ihm das kritisch-utopische Moment der Kunst aus? Adornos Philosophie fehlt ein historischer Kunstbegriff und es fehlen konkrete Werkanalysen. Dennoch werfen seine aphoristischen Bestimmungen der künstlerischen Form, die auch mit Brechts Verfremdungsbegriff, womöglich auch mit Dieter Mersch's Entwürfen zu einem nicht-propositionalen ästhetischen Denken in Beziehung zu setzen wären, ein Licht auf das, was im sozialhistorischen Widerstand gegen den Formalismus zum Verschwinden gebracht wurde. Ich zitiere Adorno, Form konvergiert mit Kritik. Sie ist das an den Kunstwerken, wodurch sich diese als kritisch in sich selbst erweisen. Durch ihre kritische Implikation vernichtet Form Praktika und Werke der Vergangenheit. Form widerlegt die Ansicht vom Kunstwerk als einem unmittelbaren. Zitat Ende. Courbet's Allegorie Reel, die sieben Jahre seines Künstlerlebens bestimmt, öffnet sich auf die Zeit, zerschlägt die Norm des Coup Deux. Sie stellt das Versprechen der Kunst aus, dem anderen und besseren Gestalt zu geben und vermittelt zugleich das Bewusstsein, dass in der Kunst nichts ist, Zitat Adorno, was nicht aus der Welt stammte. Zitat Ende. Und damit wäre ich am Ende angekommen. Ja, vielen Dank, Frau Prange und Frau Marchal, für die sehr anregenden und dichten Vorträge, die ja gleich in 20 Minuten oder in 25 Minuten gleich drei Aufgaben vor sich hatten und den Spagat gemacht haben. Werkanalyse, Reflexion der Geschichte, der Sozialgeschichte der Kunst und Vorschläge, wie man sozusagen aus dem Dilemma einer Sozialgeschichte der Kunst, die sozusagen auch ihre Blindstellen hat, herausfinden könnte. Vielen Dank. Wir machen jetzt gleich weiter mit der Diskussion. Wir müssen ganz kurz wie immer umbauen. Das dauert aber nur eine halbe Minute. Also bitte an alle, die in Zoom sind und gern dabei sein möchten, einfach drinbleiben. Wir sind dann gleich wieder da. Gut, ja, vielen Dank nochmal. Ich denke, es gibt ganz viele Dialogmöglichkeiten zwischen den Vorträgen und ich möchte auch gar nicht zu viel vorwegnehmen und bestimmt gibt es auch aus dem Publikum oder aus dem Zoom-Publikum Fragen. Ich würde jetzt aber doch nochmal gerne eine Frage stellen, weil ich das bei beiden Vorträgen, die Bilder sind ja da sozusagen Idealbeispiele, mir das so klassisch vor Augen war, nämlich die Gattungsfrage. Also wir haben ja im einen Fall eine letztlich Genreszene, die aber Courbet als Historienszene verkauft hat und auch mit der Rezeptionsvorgabe des riesigen Formats als Historienszene gezeigt hat. Im anderen Fall haben wir eine Interieur-Szene, die aber gleichzeitig andere Gattungen mit reinbringt, Porträts, natürlich das Landschaftsgemälde als Ausblick. Also da ist ja ganz viel Gattungsmischung, Umgang mit dem Gattungssystem. Und ich hatte mich gefragt, ich müsste jetzt selber nochmal bei TJ Clark etc. nachlesen, ist das etwas, was zu wenig beachtet worden ist, weil Gattungsfragen tendenziell eher als eine konservative Fragestellung gelten, der Kunstgeschichte? Oder ist das da drin und ist nur nicht sozusagen in der Weise bearbeitet worden, wie es jetzt hier in den Vorträgen deutlich wurde? Wer auch immer, wir gehen immer nicht. Also damit knüpfst du ja auch an euer eigenes Buch, die Genremalerei, da habt ihr die Frage ja auch aufgeworfen in der Einführung. Also ich glaube tatsächlich, dass das, es wurde immer gesehen, aber nicht so diskutiert und nicht die Konsequenz, die das Ganze hat, mitreflektiert. Also das wäre jetzt, glaube ich, meine Antwort darauf. Nämlich, dass das wirklich eine, was Sie ja auch gesagt haben, eine Repräsentationspraxis ist, die Systeme stabilisiert, herrschende Systeme stabilisiert und deswegen, wenn man da ansetzt, tatsächlich enormes Potenzial hat, um in die Gesellschaft hineinzuwirken, um da viel in Frage zu stellen. Also dieser Sprengstoff, der in diesen Gattungen als Stabilisatoren liegt, wurde, glaube ich, bislang nicht so sehr herausgearbeitet. Das wäre, glaube ich, ja. Ja, ich würde es jetzt vielleicht noch ergänzen. Ich glaube auch, dass es vielfach beschrieben wird. Also natürlich diese, es ist alles nicht neu, dass Kobe gegen die Gattungsregeln verstößt und dass er nun ein Sujet oder Sujets malt, die jetzt nicht so groß gemalt werden dürfen und so weiter. Aber ich glaube, der springende Punkt ist, dass man von einer Homologie, so müsste man es, glaube ich, theoretisch fassen, von einer Homologie von Kunstform und Gesellschaft ausgeht. Also dass man diese Abwehr, diese Negation der Gattungsregel jetzt nicht in der Form belässt, sondern zum Symbol ummünzt, also zum Ausdruck für dieses Andere macht. Und in dem Moment ist die Form als Praxis, wie Sie es ja auch herausgeführt haben, als gesellschaftliche Praxis eigentlich schon wieder gelöscht. Also sie wird sofort vereinnahmt unter einer symboltheoretischen Prämisse. Und damit ist man eigentlich, obwohl man eben diesen Widerspruch erfasst, ist man eigentlich wieder bei der Ideenmalerei. Also das ist ganz trickreich, also wie sich dieser ikonologische Ansatz immer wieder, also das integriert, was die Avantgarde macht, diese Negativität, aber es doch dann immer wieder einschleust in so einen klassischen Kunstbegriff. Also so tut, als ob dann trotzdem Repräsentation gelingen könnte. So würde ich es vielleicht nochmal mengen. Also Bourdieu wird bei, na, wie heißt jetzt der von Ihnen auch öfter zitierte, kommen wir jetzt auf den Namen gerade nicht, der die anarchistische Interpretation gemacht hat. Also er stellt ja Bourdieu auch als Basis für seine sozialhistorische Deutung von Kobes Atelierbild dar und da fällt dieser Begriff der Homologie, diese Homologie von Kunst und Gesellschaft, die er so affirmiert. Und ich habe mich auch dann an, das ist eigentlich wirklich so das Theorem, was man auch ganz stark bei Klaus Herding anlegen kann, der ja eigentlich der einzige von den sozialhistorischen Interpreten ist, der jetzt in dieses Formproblem stark reingegangen ist und auch Kobe jetzt nicht von der Avantgarde löst, sondern sagt, der macht eigentlich diesen Bogen in die Moderne rein. Da ist er ja sehr weit gegangen, aber eben um den Preis, dass er dann den Realismusbegriff aufgelöst hat, weil er eben auch Positivist bleibt. Und da kann man schon in diesem frühen, ja noch sich ideologiekritisch verstehenden Werk über die Spärschenlaternen, Straßenlaternen in Berlin, also diese Spärschenlampen, die werden, da kommt so ein direkter Verweis von der Struktur dieser Lampen, die irgendwie trotz ihrer erst mal simpel anmutenden Gestalt doch ganz ausdifferenziert, hierarchisiert sind. Und der kommt sofort darauf zu sprechen, dass das sozusagen analog ist. Und Sie haben auch von Analogiebeziehungen gesprochen. Das ist diese Homologisierung von Kunst und Gesellschaft. Also das spiegelt sozusagen ich sich im bürokratischen Apparat, Machtapparat der Nationalsozialisten. Diese Differenzierung, diese Hierarchisierung der Form. Also das geht zu schnell. Und meine Kritik wäre eben, statt dieser Unmittelbarkeit von Zivilform und sozialem Gehalt, die herzustellen, muss man eben doch diesen Ideologiecharakter von Kunst bedenken und eben da grundsätzlicher argumentieren, also über die hegelische Bestimmung der Kunst aus der Religion heraus, letzten Endes. Und deshalb konnte ich auch mit diesen Golgatha-Reminiszenzen viel anfangen, denke ich auch, dass es eben immer um eine Auseinandersetzung mit dem sakralen Bild geht und dieser Christusfigur und dass in ihr auch ein ganz bestimmtes christliches Subjektverständnis verankert ist, das infrage gestellt wird. Ja. 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 Vielen Dank.